Die Askrie ist eine Singvogelat aus der Familie der Rabenvögel. Sie tritt in einer grau-schwarzen und einer vollständig schwarzen Mophe auf und gehört mit 45 bis 47 cm Körperlänge zu den größeren Vertretern, der Raben und Krähen. Sie bewohnt das warm bis kalt gemäßigte Eurasien vom Nordrand des Mittelmeeres bis zum Pazifik und kommt in allen offenen bis halbhoffenen Lebensräumen mit Baumbestand vor. Die nördlichen Populationen wandern im Winter südwärts. Askrien sind Allesfresser und ernähren sich von Samen, Insekten, Eiern, Fleisch und menschlichen Abfällen. Während Askrien als junge und unverpaarte Tiere vor allem in Schwärmen leben, errichten Brutpaare Territorien, die sie aktiv gegen Artgenossen verteidigen. Ehrenester errichtet die Art für gewöhnlich in der Krone hoher Bäume. Die Brutzeit beginnt im Süden des Verbreitungsgebietes bereits im Februar, im Norden oft erst im April. Die Jungvögel fliegen rund 50 Tage nach der Eiablage aus. Die Askrie wurde 1758 von Karl von Linne als Art aufgestellt. Sie wird traditionell in zwei große Unterartkomplexe aufgeteilt, die sich an der Gefiederfarbung orientieren. Während lange sogar ein eigener Art Status für die Nebelkrähenmorphe diskutiert wurde, konnten jüngere DNA-Analysen keine genetische Trennung zwischen Raben und Nebelkrähen feststellen. Stattdessen zerfällt die Population in eine west- und eine ostpalyaktische Klade, zu der auch die chinesische Halsbandkrähe gehört. Die taxonomischen Konsequenzen daraus sind bislang unklar. Die nächsten Verwandten der Askrie sind die Amerikanerkriehe und die Sundkriehe aus Nordamerika, die ihr ökologisch und morphologisch stark ähneln und sich wahrscheinlich im Pleozen von ihr trennten. Die Gesamtpopulation wird auf eine achtstellige Zahl von Individuen geschätzt. Aufgrund dieses großen Bestandes und weil die Art als erfolgreicher Kulturfolger gilt, wird sie von BirdLife International als nicht gefährdet eingestuft. Merkmale Körperbau und Gefieder-Askrien erreichen ausgewachsen eine Körperlänge von 45 bis 47 cm und eine Spannweite von 93 bis 104 cm. Ihr Hort gebogener und kräftiger Schnabel, ihre kurzen, anliegenden Schenkelfedern und ihr voluminöses Körpergefieder verleihen ihnen ein kompaktes gedrungenes Erscheinungsbild. Ihre Flügel sind relativ lang und moderat gefingert, ihr Schwanz breit und leicht gerundet. Die Flügelspitzen ragen im angelegten Zustand knapp über die Schwanzspitze hinaus. Zwischen Männchen und Weibchen besteht statistisch ein Geschlechtsdemorphismus. Weibliche Askrien bleiben im Mittel geringfügig kleiner und sind etwas schlanker gebaut. Das Körpergewicht der Alter männlicher Tiere liegt bei 418 bis 740 Gramm, das weiblicher Tiere bei 370 bis 670 Gramm. Der männliche Flügel misst zwischen 292 und 387 mm. Weibliche Tiere erreichen Flügelängen von 283 bis 370 mm. Der Schwanz der Männchen wird 173 bis 202 mm lang, der der Weibchen 170 bis 191 mm. Der Lauf misst 57 bis 68 mm bei männlichen, 53 bis 62 mm bei weiblichen Askrien. Der Schnabel der Vögel erreicht Längen von 52 bis 65 mm bzw. von 50 bis 57 mm. Aufgrund ihrer Größe hat die Aaskrähe nur wenige Fressfeinde, nur spezialisierte Vogeljäger wie Habicht, Wanderfeike oder Uho sind in der Lage, ausgewachsene Tiere zu schlagen. Die Art tritt in einer völlig schwarzen und einer schwarz-grauen Gefiedermoffe auf. Dabei kann es auch zu Mischformen unterschiedlicher Ausprägung kommen. Die schwarze Moffe, Rabenkrähe genannt, zeichnet sich in frischem Gefieder durch einen matten, metallischen Glanz aus, der sich zwischen grün und blau bewegt und weniger ausgeprägt ist als etwa bei Saatkrähen oder Kohlkraben. Die Ansätze der Brust- und Bauchfedern sind hellgrau. Mit zunehmender Tragedauer verliert das Gefieder Ansättigung und Glanz und verfärbt sich vor allem auf den Schwungfedern leicht bräunlich. Die schwarz-grauen Moffe, die sogenannte Nebelkrähe, entspricht in der Färbung des Kopfes, der zentralen Brust, des Schwanzes und der Flügel der Rabenkrähe. Nacken, Rücken und Schulterdecken sind hingegen arschgrau bis weiß, ebenso wie die kleinen Oberschwanzdecken, die seitliche Brust, der Bauch und die Unterschwanzdecken. Die Schenkel von Nebelkrähen sind schwarz befiedert, aber häufig von einem gräulichen Schleier überzogen. Bei Vögeln aus dem Mittelmeerraum zeigen sich in den weißen Gefiederpartien deutliche schwarze Federschäfte. Die Beine und der Schnabel sind bei beiden Moffen schiefer Farben. Die Iris-Sedalter-Vögel ist dunkelbraun. Juvenile Ascreen zeichnen sich gegenüber ausgewachsenen Tieren durch ihr weniger voluminöses Gefieder und ihre etwas schlankere Silhouette aus. Darüber hinaus sind die Farben des Gefieders bräunlich getönt. Bei jungen Nebelkrähen ist der schwarze Brustfleck zudem weniger stark ausgeprägt als bei Altvögeln. Flugbild und Fortbewegung in der Luft zeichnen sich Ascreen durch ihren zielstrebigen und eher langsamen Flugstil aus, der von kräftigen, gleichmäßigen Flügelschlägen getragen wird. Im Streckenflug erreichen die Vögel für gewöhnlich Geschwindigkeiten von 35 bis 45 Kilometer pro Stunde. Sie zeigen weniger solche akrobatischen Flugmanöver, wie sie von anderen Corvus-Arten wie Kolkraben oder Saatkreen bekannt sind, und segeln auch seltener in großen Höhen. Bei gutem Wetter liegt die Flughöhe meist bei 20 bis 50 Meter, bei starken Winden wird dagegen dicht über dem Boden geflogen. Die Silhouette Fliegender Ascreen weist breite Flügel mit gerundeten, moderat gefingerten Spitzen und relativ kurzen Handschwingen auf. Der Stoß ist leicht gerundet und hebt sich dadurch von dem stark gerundeten der Saatkrähe und dem keilförmigen des Kolkraben ab. Auf dem Erdboden schreiten Ascreen in militärisch anmutender Manier. Der typische Schreitgang der Art geht bei Eile in trippelndes Hüpfen über, bei dem mitunter auch die Flügel gleichzeitig geschlagen werden, ohne dass die Tiere dabei abheben. Im Geist überbrücken Ascreen Distanzen in der Regel springend. Auch hier werden häufig die Flügel zur Hilfe genommen. Ascreen nutzen bevorzugt hohe, exponierte Orte und Strukturen wie Häuserkanten, Baumwipfel, Stromleitungen oder Antennen als Sitzwarten. Ansonsten sind sie häufig auf freien Rasenflächen unterwegs, wobei sie relativ wenig Rücksicht auf Deckungsmöglichkeiten nehmen. Laut Äußerungen die Rufe von Ascreen sind sehr charakteristisch und über weite Entfernungen zu hören. Häufigster Ruf der Vögel ist ein raues, kraftvolles Kra in verschiedenen Varianten und unterschiedlicher Intensität. Es wird von den Vögeln in der Regel zur Stimmfühlung genutzt und oft ein bis viermal wiederholt. Eine häufige Abwandlung dieses Stimmfühlungslautes wird von Ascreen-Männchen im Rahmen von Imponiergehabe verwendet. Das Kra wird dabei zu einem schnarrenden, langgezogenen Kra, das rhythmisch wiederholt wird. Dabei nehmen die Vögel eine typische Pose ein, bei der der Schwanz gespreizt, der Rücken gekrümmt und der Kopf auf- und abgeworfen wird. Hasslaute reichen von kehligen, quarenden Kraerufen für eher ungefährliche Greifvögel bis hin zu einem scharfen, hastigen A.L.R. A.L.R. für den von den Ascreen gefürchteten Habicht. Das restliche Lautrepertoire umfasst eine Reihe von knarreenden, Kraerenden und ratternden Rufen sowie hohe, kurze Bette-Laute. Jung wie Altvögel lassen bisweilen einen unmelodiösen Subson vernehmen, der sich aus verschiedenen sehr unterschiedlichen Lauten zusammensetzt, zu denen aus ihrem üblichen Kontext befreite Rufe, Umgebungsgeräusche oder auch die Laute anderer Tiere zählen. Er ist für gewöhnlich sehr leise und wird von Jungvögeln nur in Abwesenheit von Altgenossen gesungen. Altvögel singen allein auf hohen Wipfeln oder im Nestverbreitung. Die Ascreen bewohnt ein paläaktisches Areal, das vom Pazifik über das gemäßigte Eurasien bis an die Atlantikküste und ans Mittelmeer reicht. Die Art fehlt im warmgemäßigten Ostasien, spart den zentralasiatischen Steppengürtel weitgehend aus und stößt außer in Finn-O-Skandinavien nicht bis ans Polarmeer vor. Die östlichsten Vorkommen liegen im russischen fernen Osten und reichen von Kamtschatka südwestwärts über die Kurilen, Sachalin und Japan. Die südliche Verbreitungsgrenze der Askree verläuft durch den Norden Chinas, biegt im Zentrum des Landes kurz nach Süden ab und fällt westlich davon in etwa mit dem Rand des tibetischen Plateaus zusammen. In Yunnan gibt es eine kleine Brut-Enklave. Die Ostküstenregion Chinas bis auf Höhe von Hanan dient derart als Winterquartier. Westwärts reichen die Brutvorkommen entlang des tibetischen Plateaus bis an den Amudaya und die Aralregion. Zwischen Aralsee und Kaspischen Meer fehlt die Art als Brutvogel. Südlich der Region gehören der Elbörs und der Zagrus zum Brutgebiet. Das Tiefland zwischen beiden Gebirgen zählt zu den Winterquartieren. Westlich des Zagrus bildet der Unterlauf des Euphrat die Arealgrenze. Am Oberlauf von Euphrat und Tigris kommt die Askree nur als Wintergast. In Anatolien und die Kaukasusregion dagegen flächendeckend als Brutvogel vor. Das Arteriel zieht sich von Kleinasien südwärts entlang der westlichen Mittelmeerküste bis zum Nil-Delta und unterlauf bis Asuan. Am nördlichen Rand des Mittelmeeres verläuft das Verbreitungsgebiet über die griechischen Inseln und das Festland und folgt der Nordküste bis nach Spanien. Die großen Mittelmeerinseln gehören ebenfalls zum Brutgebiet. Im südlichen Andalusien fehlt die Askree, kommt ansonsten aber auf dem gesamten europäischen Festland und von den britischen Inseln bis nach Karelien vor. Die nördliche Verbreitungsgrenze reicht ungefähr bis zum Rand des Borealen Nadelwalds und schwankt dabei um etwa 70 Grad Nord. Die geografische Verteilung von Raben- und Nebelkreenmorphen ist sehr homogen und stabil. Schwarze Tiere kommen von der eberischen Halbinsel bis nach England und in Deutschland bis in etwa entlang der Elbe vor. Auf der abhemenen Halbinsel im östlichen Mittelmeerraum Osteuropa, dem Zweistromland und Russland bis zum Jenessey sind die Vögel durchgehend grau-schwarz gefärbt. Östlich davon schließt sich wiederum eine schwarz gefärbte Population an. Zwischen den drei Arealen gibt es jeweils Übergangszonen, die zwischen 70 und 130 Kilometer breit sind und sich in den vergangenen Jahrzehnten kaum verschoben haben. In gemäßigten Klimata ist die Askree ein überwiegender Standvogel und verstreicht nur im Winter gelegentlich in wärmere Regionen. Die sibirischen Brutvorkommen ziehen während dieser Jahreszeit ins östliche und südöstliche China, nach Nordpakistan und den nordöstlichen Iran. Lebensraum offene und halbhoffene Landschaftsformen kennzeichnen die bevorzugten Lebensräume von Askreen. Die Vögel sind auf Bäume, hohe Sträucher oder vergleichbare anthropogene Strukturen als Schlaf- und Nistplätze so wie sie zwar hatten angewiesen. Regional können auch Felsklippen diese Funktion übernehmen. Für die Nahrungssuche nutzen sie weitflächige, kurzrasige Flächen, die gut überschaubar sind. Beide Elemente müssen also in einer gewissen Nähe zueinander vorkommen. In Waldgebieten ist die Art deshalb auf Uferbereiche. Moore und Lichtungen beschränkt die Entwaldung weiter Teile Eurasiens im Holuzien eröffnete ihr hingegen neue Habitat wie Acker- und Weideland, Dörfer und Städte. Die Begrünung der europäischen Großstädte durch Parks und Alleen ließ sie ab dem 19. Jahrhundert auch in deren Zentren vordringen. Die moderne Verstädterung setzte bei der Askree in Europa aber zunächst nur zögerlich ein. Erst mit zunehmendem Wohlstand und flächendeckender Verfügbarkeit von menschlichen Abfällen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts konnten sich die Tiere in größerer Zahl in den Städten etablieren. Mittlerweile kommt sie dort wegen besseren Nahrungsangebotes und geringeren Druckes durch Jagd- und Fressfeinde meist in höheren Bestandsdichten vor, als in ländlichen Gebieten. Die Askree bewohnt eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Habität, fehlt aber grundsätzlich in dichten Wäldern und an steilen Hanglagen. Ein wichtiger Standortfaktor sind Reviere von Habichten, in denen Askreen für gewöhnlich nicht erfolgreich brüten können. Die Art kommt von Meereshöhle bis auf etwa 750 Meter vor. In einigen Hochgebirgen wie den Alpen ist sie auch noch in Lagen über 1000 Meter, teils auch bis auf 2000 Meter zu finden. Lebensweise Ernährung Askreen sind alles Fresser und ernähren sich sehr vielseitig. Die Hauptnahrungsquellen der Art sind Getreidesammen und Wirbellose. Hinzu kommen kleine Wirbeltiere, Vogeleier, Aas und Abfälle. Die Zusammensetzung des Nahrungsspektrums variiert stark nach Angebot, Lebensraum und Jahreszeit. Getreide ist im britischen Oxfordshire das ganze Jahr über, vor allem aber im Herbst und Winter von Bedeutung. Kleinfrüchte und Obst werden gegen Herbst wichtig, spielen im Rest des Jahres aber meist eine untergeordnete Rolle. Im Frühjahr nimmt die Zahl gefressener Regenwürmer und Käfer stark zu, gefolgt von einem Anstieg an vertilgten anderen Insekten. Vogeleier werden im Frühjahr und Frühsommer von Askreen gefressen, wenn sie ausreichend zur Verfügung stehen. Kleinsäuger rücken etwas später, gegen Sommer, in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Anderenorts können sich deutlich andere Akzente im Nahrungsspektrum ergeben. In Weideregionen ist Ass im Winter eine wichtige Nahrungsquelle. In Küstengebieten können saisonabhängig auch fast ausschließlich Krebstiere und Seevogeleier gefressen werden, während in Städten häufig Abfälle dominieren. Nestlinge werden mit tierischer Nahrung, vorwiegend Regenwürmern, Insektenlarven und Vogeleiern ernährt. Bei der Nahrungssuche gehen Askreen in der Regel Feldern vor, wobei sie Insekten und andere Nahrungsobjekte von der Grasnarbe picken. Hartschalige Nüsse lassen die Tiere aus dem Flug auf harte Oberflächen fallen, bis sie aufbrechen. Askreen erweisen sich geschickt darin, an schwer zugängliche Nahrungsstücke zu gelangen oder mitunter auch lebende Wirbeltiere aus dem Flug oder auf dem Boden zu greifen. So ziehen Tiere aus einigen skandinavischen Populationen an unbeaufsichtigten Angeleinen, um an die daran hängenden Fische zu gelangen. Oft werden Fische auch fliegend aus dem Wasser gefangen. Wie die meisten Rabenvögel versteckt auch die Askreen überschüssige Nahrung unter Blättern, Rinde oder in eigens ausgehobenen Erdlöchern, um sie später wieder hervorzuholen und zu fressen. Sozialverhalten Außerhalb der Brutzeit leben Askreen vergesellschaftet in kleineren Schwärmen, die sich wiederum besonders in der Abenddämmerung zu größeren Schwärmen vereinen, sofern sie ihre gemeinsamen Schlafbäume anfliegen. Zur Brutzeit finden sich adulte Kreen zu Brutpaaren zusammen, die sich von den Schwärmen distanzieren und auf ihr Brutrevier beschränken. Nicht-Brüter, darunter vor allem Jungtiere, bleiben in den Schwärmen zurück und halten sich abseits der Brutreviere auf. Fällt ein Brutpartner aus, so wird er in der Regel schnell durch ein Tier aus einem benachbarten Schwarm ersetzt. Territorien werden vorwiegend vom Männchen gehalten, alleinstehende weibliche Askreen geben sie dagegen auf. Bei gutem Nahrungsangebot, vor allem in städtischen Grünanlagen, kann es auch zur koloniatigen Ansammlung von Brutrevieren kommen, die dann weniger aggressiv verteidigt werden. Innerhalb der Schwärme bestehen gefestigte individuelle Beziehungen, die sich etwa an der Unruhe des Schwarms bemerkbar macht. Wenn einzelne Tiere plötzlich fehlen, Fortpflanzung die Brutzeit der Art beginnt abhängig von regionalem Klima, Nahrungsangebot und Erfahrung der Brutpartner zwischen Ende Februar und Ende Mai. Das Nest wird meist hoch in Bäumen, aber auch hoch auf Masten oder in Gebäude- und Felsnischen gebaut. Wichtig sind dabei vor allem Deckung und in Siedlungen die Nähe zu Häusern. Es besteht aus einer massiven, vierschichtigen Konstruktion, deren äußerste Lage aus dicken Zweigen besteht und nach innen hin mit immer feineren Materialien, bis hin zu Wolle, Federn, Pflanzenfasern oder Stoff ausgekleidet wird. Es misst in der Regel 23 bis 47 cm im Durchmesser und wird in Folgejahren meist nicht wiederverwendet. In das Nest liegt das Weibchen zwei bis sechs Eier von bläulich-grünlicher Farbe. Aus ihnen schlüpfen nach rund 20 Tagen die Jungen, die nach weiteren 28 bis 38 Tagen Flüge werden. Während der Brut sind Gelege und Nestlinge vor allem durch Artgenossen und echte Marder bedroht. Die Gelegeverluste liegen je nach Jahr und Region zwischen 40 und 93 Prozent, wobei Waldbrüter in der Regel am stärksten betroffen sind. Das in freier Wildbahn erreichbare Höchstalter liegt bei über 19 Jahren Systematik und Taxonomie. Die farblich deutlich verschiedenen Raben- und Nebelkrähen wurden 1758 von Karl von Linne in der zehnten Auflage seiner Systema Naturae als jeweils eigenständige Arten erst beschrieben. Die Rabenkrähe als Corvuscorone, die Nebelkrähe als Corvusconyx, das beide untereinander fortpflanzungsfähig sind und Mischlingsformen als Nachkommen produzieren, ist seit dem frühen 19. Jahrhundert bekannt. Die maßgeblichen Naturgeschichten Johann Friedrich Naumanns und Konstantin Wilhelm Lambert-Logas sowie die geografische Untersuchung Paul Macchi von 1887 zur Verbreitung beider Formen wiesen ausdrücklich auf die Grenzzonen hin, in denen sich beide Formen vermischten und die sich durch ganz Europa zogen. Die Bedeutung dieser Hybridzonen wurde kontrovers diskutiert, während ein Teil der Taxonomen und Ornithologen, angefangen mit Naumann, sie als Beleg dafür sahen, dass Nebel- und Rabenkrähen lediglich als Unterarten einer einzelnen Art behandelt werden sollten. Verwiesen andere auf die geringe Breite und die Stabilität der Hybridzonen, dass sie sich nicht weiter ausbreiteten, sei ein Zeichen für mangelnde Fertilität der dort produzierten Mischlinge. Die Eltern müssten deshalb genetisch schon weit voneinander getrennt sein. Untersuchungen der Morphologie, der Lautäußerungen und des Verhaltens konnten nicht zur Klärung der Frage beitragen, weil sie zwar stellenweise Unterschiede feststellen konnten, diese aber über unterschiedliche Regionen hinweg nicht konsistent und häufig sogar widersprüchlich waren. Mit der aufkommenden Genetik wurden in der Mitte 20. Jahrhunderts auch Zweifel an der Aussagekraft der Hybridzonen laut. Sie argumentierten, dass es auch abseits dieser Zonenhybriden geben könnte, die zwar äußerlich wie reinrassige Raben oder Nebelkrähen aussahen, aber trotzdem gemischte Elternpaare hatten. Entsprechend schwankte die taxonomische Behandlung beider Formen über die Jahrzehnte und Werke hinweg. Teils wurden sie als C-Corone-Corone und C-Corone-Coronics als Unterarten unter die Art C-Corone gefasst. Teils wurde die Nebelkrähe von der Rabenkrähe als Gorvus-Coronics abgetrennt. Unabhängig von der Frage, ob Raben und Nebelkrähe zur gleichen Art gehören, wurden auch innerhalb der beiden Morphenpopulationen Unterarten aufgestellt. Die durch das Verbreitungsgebiet der Nebelkrähe von den westlichen Rabenkrähen getrennten ostasiatischen schwarzen Vögel wurden 1849 von Eduard Friedrich Eversmann in die Unterart C-Corone-Orientalis gestellt. Die Nebelkrähenpopulationen wurden weiterhin in C. C. Capellanus-Gleta 1876, C. C. Sharpius 1889 und C. C. Palästens-Madarrasch 1904 unterteilt. Der Status und die Abgrenzung dieser Unterarten der Nebelkrähenmorphe waren dabei stets strittig. Erste DNA-Analysen zu der Thematik wurden ab 2000 durchgeführt. Sie konnten allesamt keine genetische Trennung zwischen Nebel- und Rabenkrähenmorphen feststellen. Stattdessen zeichneten sie eine deutliche Trennung zwischen Vögeln aus der westlichen und östlichen Paläaktis nach. Die westliche Klade reicht diesen Studien zufolge von Europa bis nach Westchina und Nordkamtschatka. Die östliche Klade umfasste vor allem das südöstliche Sibirien, die Südspitze Kamtschatkas und Oststasien rund um das japanische Meer. Zusätzlich wurden ihr auch Genproben von Halsbandcreen von der Ostküste Chinas zugeordnet, die damit genetisch inmitten der Art Corvus-Corone stünde. Die im 20. Jahrhundert postulierten Unterartgrenzen spiegelten sich in der Verteilung der Haplogruppen nicht wieder. Als Schwesterklade der Askreen-Gruppe ermittelten die Studien die Amerikaner und die Sundkrie, die der schwarzen Mopfe der Askrie stark ähneln und ihre ökologische Nische in Nordamerika einnehmen. Beide Kladen trennten sich wahrscheinlich vor etwa 4 Millionen Jahren im Pliocen, als die Landverbindung zwischen Eurasien und Nordamerika abbrach. Wodurch die stabilen Mischungszonen zwischen beiden Mopfen zustande kommen bzw. aufrechterhalten werden, ist nicht restlos geklärt. Die unterschiedliche Färbung von Raben und Nebelcreen wird durch unterschiedlich starke Expression einiger weniger Gene hervorgerufen, die im Genom die Melanin-Produktion steuern. Obgleich es ansonsten keine bekannten signifikanten genetischen Unterschiede zwischen beiden Mopfen gibt, kommt es damit zu einem merklichen Farbunterschied. Ein genetischer Austausch findet den Autoren der entsprechenden Studien jedoch weiterhin über die Hybridzonen statt. Dabei werden alle Gene außer den in der Melanin-Produktion involvierten weitergegeben. Für die Stabilität der Hybridzonen sorge wahrscheinlich assortative Paarung, bei der die Morphe der Eltern bevorzugt werde. Status Diaskrie wurde in Europa seit dem 19. Jahrhundert als Landwirtschaftsschädling und Nesträuber stark durch den Menschen verfolgt. Dabei wurden Vögel abgeschossen, mit Ködern vergiftet und ihre Gelege zerstört. Regional führte das teilweise zu starken Bestandsabnahmen der Art, die sich aber nie in einem Aussterben niederschlugen. Zwar zählt die Jagd durch den Menschen auch heute noch zu den Hauptmortalitätsursachen und bestandsschwächenden Ursachen. Die Verluste wurden meist durch nachwandernde Vögel oder nach Einstellung der Verfolgungsmaßnahmen ausgeglichen. Im 20. Jahrhundert führte vor allem die Flurbereinigung zu Habitatsverlusten in einigen europäischen Gebieten. Außerdem machte die Belastung durch Pestizide und Schwermetalle der Askrie zu schaffen. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts ließ der Jagddruck nach, was regional zu Bestandserholungen führte. Gleichzeitig fasste die Askrie in vielen Städten als kulturvoller Fuß und konnte sich dort erfolgreich ausbreiten. Im Nil Delta geht der Bestand dagegen stark zurück, was wahrscheinlich auf verstärkten Pestizideinsatz zurückzuführen ist. Ansonsten gilt die Art aber aufgrund ihres großen Verbreitungsgebiets und ihrer großen Population als ungefährdet. Der europäische Bestand wird heute von BirdLife International auf 21 bis 51 Millionen Tiere bzw. 7 bis 17 Millionen Brutpaare geschätzt. Auf Basis der Annahme, dass Europa ein Viertel bis die Hälfte des weltweiten Bestands der Art beherbergt, veranschlagt die Institution den weltweiten Bestand auf 43 bis 204 Millionen Vögel. Genauere Zählungen, Schätzungen und Hochrechnungen stehen aber bislang vor allem für Asien aus.